Es gibt einige nette Videos, um Japanisch zu lernen, z.B. auch die Silbenschrift, dass man das weiß, A, I, U, E, O, K, 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 K und so weiter. Und bei diesem Video werde ich diese ganzen Links immer wieder erfrischen, also neu, reinsetzen unten. Ich kann da jetzt nicht extra Video von dem Video machen und das wird immer wieder aktualisiert, wenn ich immer wieder mal was Nettes finde, dass ihr da Bescheid wisst, dass ihr hier immer wieder mal guckt. Ich kann ja allgemein hier unter dem Video posten, dass ich eben was Neues gemacht habe bzw. einen neuen Link reingesetzt habe, dass man das dann auch sieht. Und wünsche euch viel Spaß! Tschöne! 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 Tschöne!